Tagesenergien, Rosalinde Haller, Dienstag, 23. März Alles läuft rasant. Achten Sie darauf, wenn Sie rausgehen oder Autofahren. Im Haushalt sollten Sie wegen des Risikos auch nicht hudeln. Besser Schritt für Schritt alles erledigen. Änderungen können sehr schnell passieren. Auch im Job oder in Beziehungen. Lange vor Ihnen hergeschobenes kann heute leicht erledigt werden. Auch abrupte Bahnen sind möglich. Manchmal wundert man sich, dass man trotzdem funktioniert.